Schönen guten Tag, mein Name ist Guido Norg. Wir schauen heute auf das Tesla-Gelände und rundherum, was passiert bei der Verkehrsinfrastruktur. Das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen hier an der Tesla-Baustelle. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als Elon Musk verkündet hat, dass hier eine Fabrik entstehen wird, die Giga 4, wie er sie auch nennt, Giga Faktor 4, die vierte Tesla-Fabrik. In diesem einen Jahr ist unwahrscheinlich viel passiert. Sie sehen, die Kräne drehen sich am Ballett. Für uns ist heute die Frage, nach diesem einem Jahr, hier stehen jede Menge Hallen, jede Menge Infrastruktur vor Ort ist bereits geschaffen, aber wie sieht es denn mit der Verkehrsinfrastruktur rundherum um das Gelände aus, auch ein Stück weiter entfernt? Sind die Schienen, die zum Gelände führen, die am Gelände vorbeiführen, bereit für den Personenverkehr, für den Güterverkehr? Sind die Straßen vor allen Dingen so schon ausgebaut, dass hier in Zukunft einige hundert, einige tausend LKWs pro Tag das Werk verlassen und auch wieder hinfahren können? Das wollen wir uns heute mal in diesem Video ganz genau anschauen und vielleicht den ein oder anderen Hinweis geben, wo noch was noch passieren muss in Zukunft. Hier befinden wir uns jetzt an der derzeitigen Anschlussstelle Freien Brink. Diese Anschlussstelle oder auch Autobahnabfahrt ist die Autobahnabfahrt, die im Moment elementar ist für die Versorgung, für den Bau der Tesla-Fabrik. Allerdings ist jetzt schon klar, das wird nicht ausreichen. Bei so viel Güterverkehr, so viel Mitarbeiterverkehr wird diese Anschlussstelle nicht ausreichen. Es muss da noch eine weitere geben. Der östliche Berliner Ring im Moment sechs Spuren insgesamt. Auch da könnte es sicherlich knapp werden, mindestens dann, wenn hier Schichtwechsel ist an der Tesla-Fabrik. Und in dem Zuge, wo es knapp werden würde oder jetzt auch schon knapp ist, ist die Ortslage Erkner. Und für Erkner brauchen wir ganz unbedingt eine Umgehungsstraße. Im Moment haben wir noch nichts davon gehört, dass hier eine Planung begonnen hat oder vielleicht sogar schon eine Linie feststeht, eine Strecke feststeht für die Umgehungsstraße. Da brauchen wir unbedingt von der Politik eine Weichenstellung, dass wir für die Ortslage Erkner eine Umgehungsstraße bekommen. Und weil wir gerade bei Forderung sind, auch der südliche Berliner Ring vom Dreieck Nutetal bis zum Dreieck Spreeau wird wohl nicht ausreichen mit den drei Spuren. Schon zum einen deshalb, weil es eine wichtige oder die wichtigste Ost-West-Verbindung im Straßenverkehr überhaupt ist in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa. Tesla kommt jetzt noch hinzu. Und wenn wir weiter gen Osten gehen, haben wir natürlich die A12, die immer noch nur über vier Spuren verfügt, obwohl schon jetzt 3,7 Millionen Lkw jedes Jahr diese Strecke nutzen. Hier brauchen wir natürlich unbedingt die sechs Spuren. Ich hoffe, dass das jetzt, spätestens wenn diese Fabrik fertig ist oder auch jetzt schon im Bau in der Politik ankommt, dass die vier Spuren nicht ausreichen bei der A12 und dass wir unbedingt da sechs Spuren brauchen, mindestens bis zur Bundesgrenze. Hier haben wir den Bahnhof-Fangschleuse. Der Bahnhof-Fangschleuse ist sehr wichtig für den Personenverkehr zum Tesla-Werk, denn viele Mitarbeiter werden natürlich den Zug nutzen und das werden sie genau über diese Strecke tun, Berlin, Frankfurt oder. Im Moment halten hier einen Zug pro Stunde in jede Richtung. Ab Dezember 2020 werden es zwei Züge in jede Richtung sein und ab Dezember 2022 sogar drei Züge in jede Richtung. Der Bahnhof ist allerdings in dieser Form ein Auslaufmodell. Er wird verlängert und er kommt in westliche Richtung. Entschuldigung, da wird er versetzt, um dann auch für lange Züge Platz zu haben und vor allem um näher ans Tesla-Werk zu rücken. Und auf der anderen Seite haben wir im Moment noch einen Bahnübergang. Der Bahnübergang wird in Zukunft kreuzungsfrei gestaltet. Und hier sehen wir schon, die Bahnlinie ist tatsächlich gut genutzt. Hier kommt ein Güterzug und der wird laut. Güterverkehr auf der Schiene. Das ist ein Thema, was für Tesla eine große und wichtige Rolle spielt. Darüber sind wir auch sehr zufrieden und freuen uns, dass Tesla die Schiene nutzt an der Bahnstrecke Berlin-Frankfurt oder befindet sich dieses Güterverkehrs-Gleis, was direkt auf das Tesla-Gelände geht. Das ist sehr schön, sehr praktisch. Allerdings, die Bahnstrecke Berlin-Frankfurt ist jetzt schon mit 70 bis 80 Güterzügen pro Tag und dem Personenverkehr, der dazukommt, ausgelastet. Hier brauchen wir unbedingt Alternativen. Da fällt uns sofort die Ostbahn ein, wenige Kilometer nördlich von der derzeitigen Bahnstrecke verläuft diese und die muss unbedingt ausgebaut werden, elektrifiziert und zweigleisig. Und dann durch die Entlastung der Ostbahn bekommen wir hier auch wieder mehr Güterverkehr für Tesla hin. Okay, das war unsere kleine Rundreise um das Tesla-Gelände. Wir haben uns einiges angeschaut. Jetzt gilt es anzupacken. Es muss noch einiges passieren. Wir unterstützen gern. Allerdings ist hier insbesondere die Politik gefordert, in Tesla Geschwindigkeit so weiter zu machen.